Und raus hier. Hallo Spinne. Ach Gott, keine Spinne, Schmerzwürmer. Ihr könnt mich mal. Hom 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 hom. Ja, okay. Watz. Yay. Dann würde ich gleich mal einen One-Hitten. Ob ich das schaffe, werden wir sehen. Schade. Aber Alex hilft mir. Danke Alex. Wo? Du 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 du. Du du du. Tschüssi. Und Alex steckt. Spideware rank up. Ich will jetzt. Okay. Durch was ist das jetzt hier? Egal. Wir können zur Truhe und füllen. Fick dich. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, Spiel. Ich habe auf die überhaupt keine Lust. Und schon, hier muss ich nochmal husten. So, und da bin ich wieder. Ja. Ist halt schlimm, wenn man erkältet ist. Ähm. Eisbombe. Einfach mal so, und sie macht jetzt, äh, Lichtgegel. Auch, weil ich es will. Und? Bam. 33. Nicht sehr effektiv. Eisbombe. Sehr effektiv. Pommischlag. Äh, normale Attacke. 13. Nicht. Starb. 1. Starb. Watz. Super. 6. Schlecht. So. Ähm. Darauf. Darauf. Und hoffentlich sterben jetzt zwei. Japp. Und. Nein. Und er hat den Fallschirm angriffen. Alex. No. Ha. So. Und darauf und darauf. Und dann müsste es das jetzt endlich gewesen sein. Blöde Schmerzwürmer. Alex braucht noch einen Erfahrungspunkt. Schön. Fick dich. Sternband. Da wird es sich doch gelohnt. Hoffe ich. Tier. Ich hoffe, du kannst es gebrauchen. Die hat schon eins. Mh. Vor mir, hast du Hunger? Peitsche. Hab ich dir schon mal gegeben. Ach Gott. Frosch. Komm mit mir fighten. Wow. Gleich beim ersten Mal. Halleluja. Halleluja. Ja. Ähm. Moskito. Komm. One Hitter. Geht doch. Sie kann langsam was. Und Alex greift den Falschen an. Und steckt dafür sie weg. Vampirkuss. Du bist aber kein Vampirkuss. Das Moskito. Watz. Doppelwatz. Hey. Und tschüssi. Und tschüss Frosch. Und jetzt ist Alex endlich das Level ab. Find ich gut. So, hat er jetzt vielleicht noch was Hunger? Was wir haben? Probe. Haben wir nicht. Auswahlkampf kommt auch nicht mehr rein. Fertig. Ich will da drüben Rahan. Dazu braucht man, glaube ich, ein Item, was später kommt. Ich weiß es persönlich nicht mehr. Aber wenn... Hallo Spinner. Es dafür ein Item gibt, werden wir deswegen nochmal hier reinkommen. Und wir kriegen einen Überraschungsangriff von einem Schmerzwurm, der jetzt sterben wird. So. Dom, 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 dom. Hallo. Was? Du hast die Krone wiedergebracht? Ist sie denn gestohlen worden? Wow. Er kriegt aber auch viel mit. Ach so, er hat da geschlafen. Ja, logisch. Das Kellergewöllbesteck doch voller Gefahren. Wie konntest du denn kommen? Tja. Wir sind halt awesome. Raus hier. Und ab in den Thronsaal. An der Treppe vorbei. Und rein hier. Im Namen aller Bewohner Lunarias spreche ich dir meinen Dank aus. Ich will dich reich belohnen. Was stellst du dir vor? Geld, Prinzessin, König. Ich bin ein guter Mensch. Ich möchte dir kein Geld. Ich will deine Tochter nicht heiraten. Ich möchte nicht König sein. Ich will nichts. Komm mal in mein Herz. So viel Großmut belohne ich gern mit 3000 Goldmünzen. 3000 Goldmünzen erhalten. Yeah. Vielen Dank für alles, was du getan hast. Wir haben die Zeremonie verschoben, um Dieben keine zweite Chance zu geben. Sie findet erst statt, wenn alles sicher ist. Und raus hier. Wieder einmal eine Stadt gerettet. Oder ein Schloss. Oder ein Königreich. Egal. So. Ähm. Wir müssen dann später da hoch. Oder aber jetzt erstmal hier rein. Können gleich... Königreich Lunaria. Erstmal im Inn schlafen. Ja, 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 ja. Lauer mich nicht voll. So. So. Ähm. Ops. Darum wollte ich nicht rein. Ops. Lack. Shop. Ähm. Hallo Leute. Bei mir findet ihr alles, was das Herz begehrt. Will ich bei ihm noch überhaupt was kaufen? Wir kommen doch eh dann in die nächste Stadt. Warte auf, was hat vor mir Hunger. Oder Alex ja gesagt. Eisball. Haben wir nicht. Kriegen wir auch nicht mehr rein. Und. Ach. Fuck. Mir fällt genau jetzt ein, für was wir die Wunderfrucht brauchten. Sie war für Fommi. Aber erst wenn er Hunger drauf hat. Oh nein. Ich bin so ein Idiot. Ich bin doof, 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 doof. Gegen die Wand rennen. Doof, doof, doof. Ja. Okay. Speichern wir mal. Und. Wenn ich so auf die Uhr gucke. Eine Minute nach Mitternacht. Ähm. Ich muss heute sehr früh ins Bett. Weil. Morgen in der Schule Vorprüfung sind. Und. Halt. Wichtiger Termin und so. Möchte ich nicht verpassen. Möchte ich nicht verpennen. Möchte ich nicht schlafen. Während der Prüfung. Deswegen. Ich bin der Janu Karo Zuno. Mein Kapselmonster ist Alex. Und ich sage. Tschü. Tschü. Speichern.